Und da sind wir wieder, Nachtzug nach Hamburg, 426 mit Reiko Schmidt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Mittwochabend, 171.000 Kilometer lang, saß ich auf dem Fahrersitz. Meines geliebten Autos, 171.000 Kilometer. Ich habe es im Januar 2001 gekauft und bin damit wirklich überall gewesen, wo man in Deutschland eigentlich so sein kann. Aber auch im europäischen Ausland, dieses Auto ist einfach sehr weit gekommen, 171.000 Kilometer. Und seit heute ist es nicht mehr meine. Ich habe ja lange den Käufer gesucht für meinen Wagen. Ich habe gesagt, ihr kennt das vielleicht, vielleicht auch nicht. Man hat sehr viel Geld für einen Wagen ausgegeben, der damals halt neu war. Und dann will man natürlich auch ein bisschen Geld wieder dafür haben. Und sagt sich, okay, ein Volkswagen, das ist ein Auto mit einem geringen Wertverlust. Das ist ein tolles Auto, wirklich war genial. Aber irgendwie muss man sich auch davon trennen können, denn ich habe ja von der Firma jetzt einen 3er BMW und deswegen brauchte ich keine zwei Autos. Und dann habe ich es halt geputzt und dann stand es wieder bei mir hinterm Haus und dann wurde halt die Batterie leer. Da musste eine neue Batterie rein. Und dann habe ich es nochmal zum TÜV gebracht, in die Werkstatt gebracht, weil ich dachte, wenn ich mal ein Auto verkaufe, dann will ich es mit einem ruhigen Gewissen verkaufen. Man will selber wissen, dass alles läuft, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar den Zahnriemen wechseln lassen. Und die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die sich mit sowas auskennen, die wissen, was das bedeutet, auch in finanzieller Hinsicht. Aber das Auto ist tipptopp. Und so habe ich es heute verkauft. War heute früh mit der Käuferin des Autos beim Landesbetriebeverkehr. Bin extra fast eine Stunde vor Öffnung der Amtsstube da gewesen, um halt dann wirklich der Erste zu sein. Denn ich habe ja nicht so viel Zeit, tagsüber habe ich überhaupt keine Zeit, mein Auto anzumelden. Das kann ja auch gerne mal vier Stunden dauern. Und deswegen muss das halt so zeitig sein. Aber 171.000 Kilometer habe ich auf dem Fahrersitz dieses Passat gesessen. Und wenn man durchschnittlich rechnet, wenn man 171.000 Kilometer nimmt. Und das sind ja dann, was hat man für einen Stundenschnitt? Ich sage mal, man fährt vielleicht so 50 kmh, oder? Ist der Durchschnitt, den man so fährt über alles? Ich bin sehr viel Autobahn gefahren, muss ich dazu sagen. Also nehmen wir mal die 171.000 Kilometer. Die rechne ich jetzt durch 50, die ich pro Stunde fahre. Das heißt, ich habe 3420 Stunden auf diesem Sitz gesessen. Aber wahrscheinlich ist die Durchschnittsgeschwindigkeit noch niedriger. Das heißt, ich habe noch länger auf dem Fahrersitz gesessen. Aber wenn man die 3420 jetzt einfach mal nimmt, 3420 Stunden, durch 24 Stunden, die ein Tag hat, bedeutet das, ich habe durchgängig 142 und einen halben Tag auf diesem Sitz gesessen. 142 Tage fast ununterbrochen meiner Lebenszeit saß ich auf diesem Autositz. Wahnsinn, dafür ist der Sitz noch top in Schuss. Ja, muss man auch mal sehen. Wenn da 142 Stunden drauf gesessen wird, der ist ja noch wie neu gewesen. Das ganze Auto war noch wie neu. Jetzt ist es nur leider nicht mehr meine. Oder Gott sei Dank, einerseits freue ich mich, dass ich es los bin, aber es war schon ein trauriger Anblick, als dann die Käuferin da vom Landesbetriebeverkehr weggefahren ist. Mit meinem Auto, so innerlich ist es ja noch meins, und ich habe es wirklich geliebt. Ich habe sogar meinem Navigationssystem einen Namen gegeben, das hieß Susi, und eigentlich stand Susi als Synonym für das gesamte Auto. Ich bin mit Susi wirklich überall gewesen. Ich muss gerade mal so überlegen, was waren denn so die weitesten Sachen, wo ich mit Susi war? Also gut nach Österreich, da fährt man ja doch gelegentlich mal. Ich war auch in Skandinavien mit Susi. Ich war in der Schweiz mit Susi. Ich war in Holland mit Susi. Ich war in der Tschechischen Republik mit Susi. Und in Deutschland sowieso überall. 171.000 Kilometer müssen ja auch erstmal zusammenkommen. Ja, jetzt ist es nicht mehr meine. Kennt ihr das Gefühl? Ich meine, es muss ja nicht das eigene Auto sein. Auch wenn die Eltern zum Beispiel ein Auto haben, was dann irgendwann verkauft wird, ist ein trauriger Moment. Es ist echt ein trauriger Moment, wo es dann nicht mehr da ist. Da muss ich noch so ein bisschen dran knabbern im Moment. Das war es für heute. Danke schön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.